Und Montagabend ab 21.15 Uhr hinter Gittern mit einer Doppelfolge. Das ganz neue Reutlitz. Ich hab dafür gesorgt, dass man sich hier sicher fühlen kann. Wer ist nach der Katastrophe noch dabei? Uschi, was ist los? Wer übersteht die knallharte Tour? Wenn du nochmal in das Loch musst, dann gehst du dabei drauf. Steigen Sie ein zu den neuen Folgen. Hinter Gittern mit einer Doppelfolge am Montag ab 21.15 Uhr.